Liebe Freunde, die Forderung nach einer Nullrunde bei den Renten und die extremen Erhöhungen der Politiker-Diäten haben wir bereits in einem anderen Video besprochen. Heute soll es darum gehen, was bleibt denn dem Malocher, derjenige, der sich jeden Morgen mit dem Wecker aus dem Bett quält, zur Arbeit quält, durch den Stau oder sonst wie, auf der Arbeit angekommen, mit schlecht gelaunten Arbeitskollegen zusammen ist und dann auch noch Anschiss vom Chef bekommt. Lohnt sich Arbeiten heute im besten Deutschland aller Zeiten noch? Das werden wir hier in dem Video klären. Falls auch du die Situation rund um den Arbeitsmarkt oder besser gesagt um das Lohnniveau fraglich findest, dann teile gerne dieses Video, um ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, dass da was gemacht werden muss. Das Lohnverhältnis muss irgendwo wieder gerade gerückt werden und wenn du da gerade dabei bist, abonniere auch noch den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann gehen wir mal rein ins Thema. Malocher machen Minus, Politiker dickes Plus und dann haben wir da oben auch schon in der kleinen Überschrift noch Lohnwut stehen. Heißt das jetzt, will die Bild-Zeitung dieses Systemmedium uns jetzt schon ein bisschen darauf framen, dass es jetzt, falls es zu Malocher-Protesten kommt, dann als nach dem Wutbauern dann den Wutmalocher gibt, ja, also mit Wutmalocher, Wutbauer, Wutirgendwas, Wutquerdenker oder sonst wie, wird ja jeder diffamiert, der seinen Unmut über die aktuelle Lage im Land kundtut. Und ja, von Wutbauer, Wutmalocher ist ja dann auch schon nicht mehr weit, dass man dann auch in die rechte Ecke gedrängt wird. Also, das könnte auf uns zukommen oder vielleicht will die Bild-Zeitung da auch nur unterschwellig im Unterbewusstsein schon den Leuten klar machen, regt euch lieber nicht darüber auf, sonst werdet ihr hier von uns in großen Lettern als Wutmalocher betituliert. Ich kann die größte Wut aller Malocher allerdings gut nachvollziehen. Ich habe leicht reden, immerhin war ich 20 Jahre lang auch Wutmalocher. Ich konnte mich da noch nie mit abfinden, weil ich da immer irgendwo schon eine Ungerechtbehandlung der arbeitenden Bevölkerung irgendwie gespürt habe und habe mich dann glücklicherweise 2020 in die sogenannte finanzielle Freiheit begeben können. Mein großes Glück, dementsprechend betrifft mich das hier nicht. Aber ich muss sagen, auch nach fast vier Jahren sogenannter Freiheit kann ich das immer noch mitfühlen. Und es schmerzt mich immer noch, wenn ich hier solche Schlagzeilen lese. Und jetzt wollen wir uns das Ganze auch mal noch mit Zahlen anschauen. Es scheinen halt neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt vorzuliegen. Und die Tarifverdienste in Deutschland sind im Jahr 2023 um durchschnittlich 3,7% gegenüber dem Jahresdurchschnitt in 2022 gestiegen. Einschließlich der Sonderzahlungen. Die Tarifverdienste ohne Sonderzahlungen, vor allem Inflationsprämien, die da als Sonderzahlungen gezahlt wurden, sind sogar nur um 2,4% gestiegen. Im selben Zeitraum erhöhten sich die Verbraucherpreise jedoch um 5,9%. Bedeutet unterm Strich, zahlt der Durchschnittsarbeitnehmer drauf. Ja, ganz einfach. Also diese einfache Mathematik sollte jeder verstehen. Wenn ich halt im Maximum höchstens 3,7% mehr Lohn bekomme, allerdings der Durchschnitt der ganzen Verbraucherpreise um 5,9% gestiegen sind, habe ich am Ende weniger in der Tasche. Das heißt, ich mache die gleiche Arbeit wie dem Vorjahr, kann mir aber von dieser Arbeit weniger erlauben. Das Ganze ist auch kein Einzelfall, wie die Bild-Zeitung hier schreibt, denn sie schreibt, damit setzt sich der Trend aus dem Jahr 2020 und 2021 fort, in denen die Verbraucherpreise ebenfalls stärker als die Tarifverdienste angestiegen waren. Bis 2020 war die Entwicklung noch umgekehrt gewesen. Das heißt, da konnte man dann wohl noch am Ende des Jahres mit der dementsprechenden Lohnerhöhung sich etwas mehr erlauben. Aber es scheint halt ein Trend zu sein und ich sehe da persönlich jetzt keine Trendwende, dass sich das wieder ins Positive kehrt. Denn der Wirtschaft geht es schlecht. Die Auftragslage in Deutschland ist super schlecht. Die Energiepreise und das Ganze drumherum für die Firmen schnellt ins Unendliche hoch. Also es ist echt teuer, nachdem wir ja unsere günstigen Gasverträge mit dem bösen Russland gecancelt haben. Also da ist halt ein schwerer Schlag für unsere Wirtschaft geschehen. Das Ganze haben wir natürlich unseren glorreichen Politiker von der Ampelregierung zu verdanken. Allerdings möchte ich immer dabei sagen, auch CDU und CSU waren ja vorher an der Regierung beteiligt und haben da sicherlich eine gute Grundlage für den Abwärtstrend in Deutschland gelegt. Bevor wir zu dem Lohnplus der Politiker kommen, das ich ja schon in einem anderen Video, wo es auch um die Rentennullrunde ging, behandelt habe, könnt ihr euch ergänzend gerne auch nochmal zu diesem Video anschauen. Kommen wir nochmal zum Bürgergeld. Das Bürgergeld hatte ein Plus von 10%, die Diäten 6%, aber wir bleiben jetzt erstmal hier beim Bürgergeld. Und da fragt dann die Bild, ist also der ehrliche Arbeitnehmer und Durchschnittsverdiener mal wieder der Dumme? Ich würde sagen, ja, ganz sicherlich. Aber mittlerweile, denke ich mal, ist dieses Plus und diese Bevorzugung vom Bürgergeld, da so ein bisschen Unmut in der Bevölkerung schüren, glaube ich, von der Politik gewollt. Ich entwickle da jetzt mal meine eigene sogenannte V-Theorie. Darf man ja hier alles nicht mehr aussprechen, diese ganzen Wörter. So, und meiner Theorie nach, denke ich, die Politik möchte jetzt ganz bewusst da zwischen Bürgergeldempfängern und Arbeitern so ein bisschen in den Keil reintreiben, da so ein bisschen Unmut schüren. Denn, wie ich auch schon ein Video gemacht habe, die Politik möchte ja diese sogenannte programmierbare Bezahlkarte, die ja an Flüchtlinge ausgegeben wird, auch an Bürgergeldempfänger ausgeben. Und da ist ja natürlich gut, wenn man in der Gesellschaft mal so ein bisschen Spaltung betreibt und die arbeitende Bevölkerung, die schlecht dasteht und sich benachteiligt fühlt gegenüber den Bürgergeldempfängern, wenn man die so ein bisschen auseinander treibt, weil dann kann ich diese Bezahlkarte sehr gut auf die Bürgergeldempfänger anwenden, weil die haben ja dann überhaupt keine Rückendeckung von dem Rest der Gesellschaft. Der Rest der Gesellschaft wird ja dann ähnlich wie bei den Flüchtlingen sagen, ja, endlich kommt die Bezahlkarte für die und denen geht es ja so oder so viel zu gut. Dass das gefährlich ist, habe ich in sehr vielen Videos schon erklärt, warum das so ist. Gerne guckt euch die Videos an, habe ich mittlerweile in einer Playlist, weil es so viele geworden sind. Aber ich denke, das ist ein super wichtiges Thema, das viel zu sehr vernachlässigt wird. Sei es drum. Naja, deswegen, denke ich mal, kommt dieses große Plus beim Bürgergeld. Und das große Plus bei den Diäten, was hier im letzten Absatz behandelt wird, aber auch die für 1. Juli geplante Erhöhung der Diäten für Bundestagsabgeordnete um voraussichtlich 6% bekommt nun noch einen extra bitteren Beigeschmack. So, jetzt schreiben die hier allerdings leider gar nicht dazu, dass es bei dem einen oder anderen Politiker und Minister sich sogar um über 1000 Euro im Monat mehr handelt. Liebe Leute, manche Leute sind froh, wenn sie diese, was die Politiker da in Erhöhung bekommen, wenn die das netto im Monat rauskriegen würden. Da wären manche froh und die kriegen das jetzt obendrauf auf ihre 10.000, 20.000 Euro Diäten, je nachdem, wo die Politiker denn so sitzen. Und dann kommt noch dazu, das ist die größte Erhöhung seit 30 Jahren. Und mit ihren monatlichen Bezügen von derzeit 10.591 Euro liegen sie im europäischen Vergleich schon ganz weit oben. Leute, diese 10.000 Euro und die Erhöhung in Zahlen schreibt die Bild-Zeitung hier, glaube ich, extra nicht, damit die keinen Unmut in der Bevölkerung schürt. Schaut euch unbedingt das andere Video an, wo es auch explizit um die Erhöhung dieser Diäten geht, unter anderem mit der Nullrunde für Rentner. Und wenn ihr das gesehen habt, dann fragt ihr euch, ob die da noch ganz klar sind im Bundestag, mit welcher Frechheit erlauben die sich, die Diäten um über 6% zu erhöhen, während die arbeitende Bevölkerung immer schlechter dasteht, jetzt sogar wieder mal im zweiten Mal in Folge eine Lohnverschlechterung hat, also weniger Geld in der Tasche hat und die machen sich die Taschen immer weiter voll. Die haben doch die schlechte wirtschaftliche Situation in Deutschland zu verantworten. Die fahren den Karren doch an die Wand und dementsprechend müssten die Politiker doch eigentlich dafür bezahlen und einen Lohnabzug bekommen für die schlechte Leistung, die sie erbracht haben. Ich würde mal gerne von euch noch wissen, was meint ihr dazu? Ist diese Lohnerhöhung bei den Politikern gerechtfertigt? Ja oder nein? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, scrollen wir hier nochmal hoch auf die Münzen, die uns ja sozusagen weniger im Portemonnaie sein werden oder die Münzen, die weniger wert sind, muss man ja mal sagen. Es liegt ja an der Inflation, das heißt, das Geld wird immer weniger wert. Und ich denke mal, unsere Politiker haben ja ein Riesenhaushaltsloch noch für 2025 zu stopfen und da werden sie uns sicherlich noch mit der ein oder anderen Steuererhöhung konfrontieren. Ich habe ja auch schon ein Video gemacht hier über die Fleischsteuer, die unser Geliebter Cem Özdemir sich ja da so wünscht. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Erbärmlich, aber auch das wird wieder für weniger Geld in unseren Taschen sorgen oder halt weitere Hilfsleistungen für die Ukraine. Auch das wird unsere persönliche Tasche belasten, weil da werden sicherlich irgendwo wieder andere Steuern, Abgaben erhöht. Also da ist ja der Fantasie unserer Politiker keine Grenze gesetzt. Wenn die mal so kreativ und so aktiv daran gehen würden, die Wirtschaft anzukurbeln oder mal positive Entscheidungen für uns Bürger zu treffen, das wäre doch mal was. Wenn die da mal so viel Energie wie in Steuererhöhungen oder das Geld ins Ausland zu transferieren reinstecken würde, das wäre doch mal echt genial. So, zum Abschluss noch mal ein bisschen drüber zu philosophieren, ob sich das Arbeiten in Deutschland überhaupt noch lohnt. Das ist natürlich eine gute Frage, die ja auch jeder für sich selbst entscheiden muss. Ich für mich selbst habe gesagt, ich sehe keinen Sinn darin, weiter in Deutschland arbeiten zu gehen, weil eine Rente werde ich sicherlich nicht großartig erwarten können. Ich müsste ja noch, keine Ahnung, 25 Jahre oder so arbeiten gehen, müsste ich jetzt ausrechnen. Und da denke ich mal, wird das Rentensystem noch schlechter dastehen als heute. Denn wie soll sich das verbessern? Dann steht ja immer noch die Gefahr im Raum, dass es irgendwann mal so eine europäische Rente gibt, weil unsere aktuellen Regierungen und die Altparteien ja so europageil sind und das Ganze ja europaweit aufstellen wollen. Das heißt, irgendwann wird es eine europaweite Arbeitslosenversicherung geben, eine europaweite Rentenversicherung geben. Und wie das so schön ist in unserem geliebten Europa, der Deutsche muss ja meistens mehr einzahlen, als er rausbekommt. Und dementsprechend denke ich mal, werde ich vom deutschen Staat nie wirklich eine lohnenswerte Rente bekommen. Und da habe ich mir gesagt, warum soll ich meine jungen Jahre, die ich noch habe, oder meine einigermaßen Jahre, wo ich noch was erleben kann, warum soll ich die mit Arbeiten in Deutschland verbringen? Vor allem war ich oft sehr unzufrieden in meinen Jobs, weil das nicht mit allen Arbeitskollegen, ich hatte sehr gute Arbeitskollegen, aber da waren auch ein paar Pflegefälle dabei, mit denen man sich rumstreiten musste. Mit den Chefs musste man sich rumstreiten. Und da habe ich mir gedacht, das muss auch anders gehen. Hat in meinem Fall zum Glück auch so geklappt. Und da bin ich auch sehr zufrieden mit diesem Schritt. Aber da würde ich mich mal auch über eure Meinung freuen. Schreibt doch mal drunter, wie seht ihr das? Wollt ihr auch euren Job kündigen und die Arbeit niederlegen? Oder sagt ihr, mein Job bringt mir noch genug Einkommen. Ich habe auch eine super Firma, ich habe super Arbeitskollegen. Das würde mich mal interessieren, ob ihr da positivere Erfahrungen gemacht habt wie ich. Und dann würde ich sagen, teilt gerne dieses Video, um die Thematik mal wieder ein bisschen in die Bevölkerung reinzuholen, abseits irgendwelcher Bild-Zeitungen. Und abonniert den Kanal, Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr die Videos auch angezeigt bekommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!